Es ist Pummelst geworden. Müsste sie stark ziehen? Wir sind angekommen in Lafranquille und stehen auf dem Parka vor dem Camping. Da dürfen wir jetzt für 5 Euro übernachten und wir laufen gleich vor zum Strand. Das ist für 500 Meter glaube ich und deswegen bereiten wir hier ein bisschen was vor. Also wir haben Decke mit unseren Surfneos und Helmen, weil es gibt ein Test Event und wir können da auch Material testen, was wir natürlich gerne machen. Und damit wir ein bisschen Kraft haben zum Testen gibt es Brot. Und Kate bereitet hier herrliche Sandwiches vor. Ich kann mich nicht so gut drehen mit meinem Kopf. Oh, Kate hat einen steifen Nacken. Ich hoffe mal, dass es besser wird, wenn es ein bisschen Wingen geht. Also gut, gehen wir nach vorne. Start in der nächsten Woche. Los geht's. Allez, Allez ist für Französisch. Genau. Wir sind ja jetzt in Frankreich. Da kommen wir her. Hinter dem Bus stehen wir geparkt. Da läuft Kate mit dem Sandwich. Und da fährt auch ein Schüttel oder der Trecker. Da kann man auch hinter drauf springen. Aber er fährt im Moment nicht. Deswegen laufen wir. Ist auch gar nicht weit. Schau, da sind die Test Events. Da fahren sie der Wildcup. Und weiter rechts sieht man Lafranquille. Und da ist auch noch so alles Mögliche aufgebaut. Irgendwas für Skatepark. Merchandise und Skatepark. Und ja, das schauen wir dann später nochmal vorbei. Erstmal zum Strand. Ja. Guten. Wir sind vorne und sind hier bei Bayou, bei der Test Station. Und du machst dich fertig? Ja. Zum Probieren? Service, ey. Wenn man nicht so aufgebaut ist. Die Wings liegen bereit. Da liegen die Boards. Wings. Na, ich bin gespannt, was du sagst. Ich auch. Und danach gehe ich. Ich bin gespannt. Musik Wir sind vorne in Lafranquille angekommen und auf dem Boulevard ist so einiges los, also es gibt einige Stelz und da schauen wir jetzt mal vorbei, ne? Ja und wir haben Hunger und wir haben Hunger, also wir suchen uns was zu essen. Los geht's! Musik Ist schon was gefunden zum Essen? Genug, ja, ist eine Frage, was? Ich habe schon Lust auf Pommes und Burger oder so. Voll lecker, ja. Es ist Pommes geworden und Kate tappt sich hier noch Soße. Ich habe jede Soße. Jede Soße hast du probiert? Okay, dann probieren wir es mal. Setzen wir uns auch irgendwo aus dem Wind? Ja. Okay, los geht's. Ich habe genug von Wind. Ja. Plätzchen gefunden? Ja. Lass es dir schmecken. Und welche Soße gewinnt es? Ähm, weiß ich nicht. Die Curry ist auch sehr lecker. Curry auf den Pommes, okay? Ketchup und Mayo kennt man ja gut. Naja, das mag ich gerne. Gemisch. Die Soße habe ich noch. Aber das leckerer zu irgendwie... Fleisch, ja. Aber Curry? Curry? Okay. Auch nicht so, ja? Naja, du bist halt komisch drauf. Ich bin halt offen für Neues. Okay. Auch gut. So, dann geht's zurück zum Bus. Wir haben einen Lift bekommen. Wir sind wieder da vorne am Parka. Wir haben das Meer hinter uns gelassen. Jetzt geht's zum Bus. Hier wird das Bett eingeklappt. Und wir machen uns bereit für die Reise, also zurück nach Deutschland. Familie besuchen. Familie besuchen. Deine Familie besuchen. Genau. Das Bett wird geklappt, weil wir die Boards da reinpacken. Die Boards und die andere an der anderen Seite. Dann liegen die nicht so hoch auf dem Dach. Sind wir windschnittiger. Sind wir windschnittiger. Genau. Und wir haben ja Platz, so. Deswegen packen wir das jetzt mal rein. Ach, schaut was aus mit Spritverbrauch. Ja. Vor allem bei den Spritpreisen. Der Schwabe. Du bürstest deine Haare noch, bevor es los geht. Ja, es hatte gestern so viel Wind. 30 Tonnen, der Sand ist einfach geflogen. Es ist so viel Sand auf der Kopfhaut und die Haare natürlich auch voll durcheinander. Ich glaube nur mit Bürsten schaffst du das nicht alles rauszukriegen. Also bei mir sieht es auch furchtbar aus. Daheim dann eine schöne Dusche nehmen. Eine Spülung in die Haare machen mal wieder vielleicht. Machen wir da. Es ist so 1.000 Kilometer fahren. So was, oder? 1.100? 1.100. 1.100. So was. Zehn Stunden ungefähr müssen wir dafür brauchen. Also mit Stops etwas mehr natürlich. Ja. Und da wir ja jetzt auch keine Eile haben, fahren wir gemütlich tagsüber. Aber das ganze normal, wenn wir für zwei Wochen Urlaub oder so fahren wir meistens die Nacht. Ja. Jetzt machen wir das gemütlich über Tag. Ja. Und schauen wir mal, ob wir heute Abend ankommen. Wird wahrscheinlich eher morgen früh dann. Ja. Genau. Ja. Okay. Los geht's. Auch nicht ganz unwichtig für so eine lange Fahrt. Die Scheiben mal ein bisschen sauber machen. Kate ist voll dabei. Weil die sind schon arg dreckig vom Salz und Sandluft. Ja. Machst du gut. Ja, ja. Richtig mit Mitteln. Mit Mitteln, ja. Sowieso echt Zeit zu fahren, weil die Mücken machen mir schon echt verrückt hier. Also da fliegt so einiges rum. Ich glaub ich mach dich immer verrückt. Nee, du machst mich nicht verrückt. Was? Ist das gut? Ja, das ist wieder echt ein Stück besser. Also jetzt sieht man wieder was. Dann ist heute auch. So, also setz dich. Darf ich mitfahren? Ja. Danke für das Putzen. Gerne, dass du auch was siehst im Backspiegel. Dann kann es mal losgehen. Mützen brauchen wir nicht. So, Motor geht an. Tank ist ganz voll. Also alle Zeichen auf grün. Auf geht zu Deutschland. Ja. Die Vorfreude ist hoch. Das erste Mal seit der Reise, dass wir dann weit weg vom Meer sind. Ja. Aber wir haben den Baggersee. Vielleicht wenn sie ja wieder auf den Baggersee sind, können wir da noch eine Runde bringen. Und wir haben Familie bei uns. Und vor allem Familie. Schön viel Zeit zusammen. Da freu ich mich richtig drauf. Ja, schön. Achso. Ja. Willkommen! Mann fahren auf die Autobahn. Oder in Frankreich Zahlen zahlen auf der Autobahn. Ja. Aber wir haben Grün. Wir dürfen wieder. Ja. Das war ein schneller Boxenstopp. Jo. Oh, was fällt da raus. Die Sonnebrille will schon. Nicht mehr. Achso. Kann auch weglaufen. Ich war langsam. Ich hab sie gerade weggelegt. Ist keine Sonne mehr. Ich hab sie gerade weggelegt. Baden-Württemberg. Wir sind in Baden-Württemberg. Wir sind in Baden-Württemberg. Willkommen in die Bundesrepublik Deutschland, meine Frau. Danke. Danke. Okay. Wir sind da. Naja. Da? Fast da. Fast da. Knappe 200 Kilometer. Okay. Das schaffen wir heute noch. Aber jetzt wird erstmal gestoppt und Abend gegessen. Genau. Suchst du nach einem Plätzchen? Ich suche nach einem Plätzchen. Und dann gibt's Abendessen. Ja, ich hab Hunger. Ich auch. Also, wir sind in Tübingen. Das ist doch ein Ankommen in der Heimat, oder? Naja, das Lied kannte ich bisher noch nicht. Zwischen Schönbuch und? Ich hab's nicht verstanden. Schurwald? Schurwald. Schurwald, ja. Tübingen, hallo. Ja. Jetzt. Parken wir mal im Hof bei euren Eltern, deiner Eltern. Ja. Und verbringen da dann noch die Nacht, ne? Dass wir die nicht wecken. Ich glaube, es ist dann soweit. Ich hab gesagt, heute gehen meine Haare ab. Und Kate steht bereit. Sie abzuschneiden. Ja. Du hast davor, bevor ich beschlossen hab, meine Haare so lang zu schneiden, hab ich immer auch Kate als meine... War echt der Friseur immer. Kai hat den Film geguckt. Ne mehr. Und ich hab geschnitten, das hat immer schon eine Stunde getaut oder so. Am Anfang richtig lang. Da konnte ich echt einen richtigen Film anderthalb Stunden oder so schauen. Bis ich dann fertig war. Aber irgendwann wurdest du dann echt flott drin und... Aber ich hab's lange nicht mehr gemacht. Ich glaub, ich brauch wieder ein bisschen. Ja. Also ich kann wieder einen Film aufstellen. Glaub schon. Gut, ne. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Kurze Haare wieder. Euch auch. Wie du aussiehst. Es darf weggehen. Es hat mich dann doch jetzt langsam so ein bisschen gestört. Es ist einfach auch tot, wild, kaputt, genau. Überall wegen kaputte Haare abgebrochen auf dem T-Shirt. Ja. Und vor allem, wenn ich dann so beschäftigt war und es hat ein bisschen gewindet und so. Dann hat's direkt in mein Gesicht geblasen. Genau. Und ich hab keine Lust, das irgendwie in so einen Schwanz zu machen oder einen Käffi zu tragen. Deswegen. Dann einfach wieder kurz. Ja. Ich bin gespannt, ob ich dich noch erkenne. Ich bin noch ein bisschen ratlos, wie ich das Ganze angehen soll. Ich dachte jetzt, ich mach... Hast du dich eigentlich kein Tutorials angeguckt oder so? Nee. Also du machst einfach. Ich mach einfach. Und ich vertraue dich blöd. Ja. Ja. Gut so, okay. Ja. Ich dachte, diese, die hier nachher am kürzesten werden, die lass ich mal raushängen. Und die da mach ich mal alle oben zusammen. Ja. Das dachte ich jetzt mal. Und dann mach ich erst die unteren kurz und dann kann ich nachher mich um die oberen kümmern. Das war jetzt der Plan. Oder? Ja. Das ist mein eigenes Tutorial. Ja. Hey, das wenn nicht früher schon mal so eine Frisur mit dir gemacht haben. Mit zwei Bobbeln. Ich kann zum Glück, glaube ich, nicht sehen, wie ich aussähe. Okay. Also, los geht's. Ja. Okay. Jetzt ist kein Weg mehr zurück. Okay. Es gibt zu versteigern. Locken von Kai. Hahaha. Hübsch. Die andere Seite. Die kommen auch ab. Die kommen auch ab. Ja. Bist du zufrieden? Ja. Okay. Das ist schon einiges abgegangen. Ja. Richtig viel. Ich kann mal die Socken rausdrücken aus deinen Haaren. Und so sieht's jetzt aus. Ja, es ist noch nicht fertig endgültig. Okay. Wir machen jetzt Schluss, weil jetzt gibt's Essen. Wir machen morgen weiter den Feinschliff. Aber ich finde es eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. Es ist ungewohnt. Es ist ein bisschen wild. Aber es ist ja komisch. Die Haare zu lange wieder. Ein bisschen zu dunkel wieder. Aber irgendwie finde ich es auch schön, so die Länge. Ja. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, man muss auch mit dem Rasierer noch hinten und so. Ja. So, zweite Runde Haare schneiden. Ja. Heute wird alles noch ausgebessert, was noch zu lang ist. Schönes Wetter heute. Wir sitzen im Garten. Ja, ehrlich. Ich habe hier auch unsere Decken vom Bus mal rausgehängt zum Auslüften. Ich sehe da eigentlich noch voll der Kaffeefleck. Ich kann mal beim morgens Kaffee trinken. Das sieht man nie, weil dann ist immer ein Bezug drüber natürlich. Ja. Okay. Dann. Vamos. So, lass dich mal sehen. Ja. 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 Ganz in Ordnung. Okay. In Ordnung. Ja. Ein Friseur darf da nicht genau hingucken, würde ich mal sagen. Ja. Solange du es ansehen kannst. Ich kann dich immer ansehen. Schön. Super. Danke dir. Gerne. Ja. Vielleicht müssen wir es doch nochmal von dem Profi richtig schneiden lassen. Ja. Aber ihr könnt auch mal sagen, was ihr davon hält, wie sie es gemacht hat. Ja. Sowieso lange Haare, kurze Haare, was ihr besser findet. Ja. Aber so schnell kann man sie nicht mehr lang wachsen lassen. Ne. Also ich bin ganz zufrieden und das zählt ja auch. Und sonst genießen wir hier die Zeit. Wir sind ein bisschen am, müssen ein paar Sachen am Bus machen, müssen viel organisieren und genießen die Zeit mit der Family und Freunden. Genau. Hier zu sein. Und du gehst von Haare schneiden dann nach der Vlog. Fertig schneiden. Auch schneiden. Stimmt. Morgen. Ah ja, ja. Dass ihr es jetzt angucken könnt. Genau. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Genau. Wir sehen uns dann nächste Woche mit ein bisschen langer Haare wieder zurück. Aber nicht mehr. So schnell geht es auch nicht. Ah ok. Also. Macht's gut. Feinde Tag. Tata. Doei doei.